Hallo und herzlich willkommen, Folge 66 von Heroes Charge. Heute steht meine Level 80 an. Ich habe natürlich schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Den langsam, äh, nicht langsam, langweiligen Mist hier habe ich schon mal abgearbeitet. Und, bam, Level 80. Nice. Ich dachte, ich mache mit euch schon mal, äh, jetzt mal das Kapitel anfangen, neu. Oh, hier kann ich noch was abholen. Ja, Profi-Killer Level 80, juhu, super. Oh, mein, was ist los hier? Aha, okay. Ha, 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 hat dein Guildmate mich angegriffen? Okay. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Kampagne, genau. Ah, nee, Moment. Wir können als erstes mal den Zeitspalt. Difficulty 5. Bin saugespannt, ob ich das packe. Ähm, da müssen wir mal testen jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, ein Heal wäre schon gut. Weiß aber nicht, ob sie zu klein dafür ist. Schwierig, schwierig. Ich probiere es mal mit dem Team. Keine Ahnung, ob es klappt. Wie gesagt, wie gesagt, das erste Mal jetzt ja auch hier. Oh, oh. Ah. Oh, okay. Okay. Nee. Probieren wir es nochmal, Mensch, wen wollte ich denn, genau Kaplan Ja, das sieht schon besser aus Ganz schön live haben die Kaplan noch ein bisschen höher ziehen und dann ist das eigentlich fein soweit Ich hätte ihn mal auf der anderen Seite lassen sollen, jetzt schießt er auch hier rüber Wow, haben die live Ich muss schon sehen, dass ich das mit der Zeit schaffe hier Na komm Jawohl Erste Runde gepackt Ich muss schon sehen, dass ich das mit der Zeit schaffe Mach den alten Mann da platt Jawohl Jawohl, jawohl, jawohl Sieht gar nicht schlecht aus Zeitlich vielleicht ein bisschen, aber das ergibt sich ja nachher ganz schnell Wenn ich 80 bin, dann können einige hier ganz andere Ausrüstung wieder tragen und wieder Promoten und 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 Oh, das wird diesmal aber echt Wow Okay, aber auch geschafft So Mit dem Heel hätte ich vielleicht noch abwarten sollen Das war jetzt nicht so gut Aber der Der Sepper regelt das Ja Jetzt muss ich es nur noch zeitlich über die Bühne kriegen Alter, er macht aber auch Schaden, der alte Mann da hin Boah Bam Schöne Ding Oh, bin ich begeistert Dann gibt das ja nachher Oder? So Die Zeit wird aber knapp Dann gibt das nachher nur noch Ähm Und XP wird halt interessant Ich glaube, da gibt es dann auch die Stakes Oh, Stufe 5 Bin ich der Meinung So Zack Okay Schön Drei Stück Ja, also Chaplin ein bisschen höher Und Mein Death Knight auch Auf jeden Fall So, gucken wir mal hier Was ist das hier alles Ähm Level 86 Plus 2 Aber alles nur ein Stern Ähm Na, du nicht Also Ich nehme mal ein Standard-Team erstmal wieder Mal gucken Ob das so hinhaut Ja, was ist das denn? Käfer Kleine Version vom Outline-Portal Sehr geil Hm, du bist ein Ritter Alter, was geht denn hier ab? Ah Sterb Sterb Oh, gut Wow Haben Luna ganz schön Schaden zugefügt Na Oh, er macht es trotzdem Du Sau Wow Der hat Life Jawohl Gestunt Da kam Ne Ulti noch Oder so Dann ist er weg Vom Fenster Schön Also alles uninteressant Wird interessant nachher Was ich Ähm Die Farmbahn Station Da wird es dann ja Interessant Wie war er Was ist das denn hier? Der hat es dann Okay, wen habe ich denn als, boah sie, hm, das ist ja unschön. Na, rauf damit. Naja gut, war keine farmbare Station, daher ist das egal. Oh, schön, zweimal diese Kristallkugel. Jetzt kommt die erste, was ist das? Ewige Eiszapfen kann man hier farmen, dann magischer Widerstand, 20. Profikiller als Boss. Hm. Hm, ja, nee. Ich bleib erstmal bei dem Team, funktioniert ja noch ganz gut. Solange ich keine Probleme kriege, warum soll ich's wechseln? Ach, du heilige Eier, schon wieder. Komm, spring rein, na, spring ins Feld. Oh Gott, wie war ich das? Super. Oh Gott, ja, gut, die erste Station auf drei Sterne ist gemacht. Wow. Eiszapfen, 50 Stück. Cool. Auch cool. Gegen magischen Schaden immun, ja gut, das passt ja, hab ich ja nicht. Oh, hier gibt's nochmal einen Stab von Rawless, aber natürlich auch nur das Fragment, ich glaub, der zeigt das falsch an hier. Wobei, hier zeigt das richtig an, das ist ein Fragment, aber hier gibt's doch nicht den Stab von Rawless, oder? Nee, das sind eigentlich immer Fragmente. Hier bräuchte man den Deathbringer, der würde einfach einen von den Klopsen da hapsen und dann... Bin ich der Meinung, das müssten doch Pets sein. Ja, der ist ja nicht mal aufzuhalten. Boah, wie gemischt das jetzt alles ist hier und so komische Gegner. Ist doch gar nicht gewohnt. Ah! Was hat sie gemacht? Ich hab ein Schwein im... Ein Schaf, ein Schafschwein. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab ein Schaf, ein Schaf, ein Schaf, ein Schaf. Ah, Fragment, kein, kein ganzes Item. Ah, jetzt weiß ich, wen ich immer drin hatte, den Affen hab ich sonst immer drin. Ah, nee, Geheimpionier. Igitt. Oha, mal sehen, ob das so klappt. Ich befürchte, er springt rein und zerlegt alles. Ich könnte natürlich die Counterparts reinnehmen, wie den Schützen und so weiter, aber erstmal gucken, wie es klappt. Panda. Dann sollte man ihn eigentlich gut aufhalten können. Okay, jetzt wird's interessant. Komm, zerleg ihn gleich am Anfang da. Los, komm. Alter. Oh, er ist drin. Juhu. Das lief gut. Oh nein, ich bin... Schon wieder so ein Fass, was auch immer das ist. Jawohl. Das ging ja besser als gedacht. Ding, 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 ding. Dämonenfall. Äh, nächste Station. Oh, hier kann man... Heiliger Samen. Genau, für die ganzen Heilcharaktere. Mehr oder weniger. Wahrscheinlich auch für den Death Knight vermutlich. Und die Silberlanze. Die wird auch nachher gebraucht für Purple Plus 3, 4 und Orange, glaube ich. Oder 4 und Orange. Mal sehen, dass wir hier mit drei Sterne durchkommen. Bitte sterben, Monsieur Schildkröte. Sterben Sie, oder? Ah, schon wieder da. Sieht so geil aus. Na komm. Scheibe tot, Mann. Na, Live Leech sei Dank. Spring. Zack. Und nochmal. Zack. Ach du, was? Nein! Hör auf damit! Ach, pff. Easy, gar kein Problem. Wow, what? Nice. Ja, nice. Aber ich glaube, davon den habe ich schon ein paar. Fertige. Nice und, äh, nice. Okay. Ähm, ich wollte jetzt mit euch noch einmal das, die Elite hier, äh, versuchen und so. Hm. Mal gucken. Also, was wir brauchen ist, äh, ja, hier, sie unterbricht, stun, 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 stun. Ähm, äh, weiß ich nicht. Ja, ich nehme die Schattenboote noch mit. Zack. Take this! Mother... Ähm, ja. Ach, du Kleine. Ja, okay, ich sehe schon. Höchstwahrscheinlich wäre es besser. Ja, obwohl. Au. Ist vielleicht besser hier, ähm, Chaplin bereit zu... Na! Ach, Gott. Ja, ist gut, jetzt geh heim. So, wer kommt jetzt? Das Bähchen. Ist auch nicht besser. Jetzt erreißt mir gleich die... die Tank Lane. Ich sehe das schon. Oh, ja, weiß ich. Äh, oh, oh, oh. Hm, ja, gut. Vielleicht hätte ich bei dem Bärchen wenigstens schon mal eine Ultimativfähigkeit finden sollen. Von Shadowleaf oder von sonst wem. Weil so... Ja, ist gut, jetzt. Ein Blatt. Vielleicht wäre hier auch der Warchief gar nicht verkehrt. Weil der würde jetzt wieder aufstehen. Drei Sterne sind schon mal dahin. Mit vier Chars den zu schaffen, ist so... so gar nicht so. Oder? Oder? Oh, Gott. Stirb! Oh, nein. Nein, der ist Magie, Moon. Zu früh, zu früh. Oh. Puh. Jawohl. Scheiß drauf. Ein Stern, aber ich komme weiter. in der Elite-Quest. Schönes Ding. Okay. Das war mal wieder eine Folge Heroes Charge. Ähm. Ich versuche nachher noch eine aufzunehmen. Mit dem Kreuzzug. Und so ein paar anderen Sachen. Vielleicht auch in der Kampagne weitermachen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Like, subscribe, kommentiert. Und wir sehen uns demnächst. Vorjurer. Oh, gott beton.